okay altgewohnte zähne wir laufen vom würfel weg aber wir haben halt noch keinen anderen davon gefunden das wird langsam übrigens echt mal zeit also dass wir einen würfel finden der ebenfalls wiederbelebt obwohl brauchen wir gar nicht nur ich meine direkt neben dem würfel ist ein zugang zum netzwerk und die seine schrift die wir gefunden haben oder der gegenstand der andere würfel anzeigt auf der karte denn wir werden wohl diese würfel gemeint sein und nicht weitere wiederbelebungswürfel wir wollten in der kanalisation weitermachen das heißt wir hier rüber darum 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 und links ja diesmal auch in der richtigen kanalisation weitermachen und nicht diese ganzen anderen geschichten hier genau kräuter sammeln für joghurt das war genau das richtige das hier ist immer noch komisch oder da oben ist was wir kriegen wir irgendwann kletterschuhe oder so morphball von super metroid oder allgemein der ganzen metroid ziel serie warum macht er nicht ab auf den da oben also war so schräg nicht schießen kann das ist echt ein wenig ärgerlich so jetzt verbrennen ganz langsam genau wer war hier ubuntu genau oh ja haben ganz viel zu verkaufen nicht kaufen verkaufen und zwar gekreuzter dolch von adianti wer schon schick was schick bringt uns nichts genau wie die organachs schick ist aber auch nichts bringt die aktive verkaufen 44 münzen spät kann weg radios kann weg klar die es kann weg blau wachs kann weg steht normaler hammer kann weg noch ein gladius noch ein spieler und ganz viele rubine so den dreistag sollten wir behalten die unterhose kann auch weg 40 münzen mehr america weg 434 haben wir jetzt schick wir haben langbogenweide und dolch die wir auch nicht benutzen also du kannst du nochmal weg und du kannst weg und die hier behalten wir So, goldene Sachen. Horgan, Axt und Adjanti-Dolch. Behalten wir sie einfach nur, weil sie schön glitzern? Oder verticken wir sie für 156 Münzen? Ja, erstmal nicht. Aber falls wir später wirklich Geldprobleme bekommen, sollten wir darauf zurückgreifen. So, die Rüstung haben wir schon. Reitschwert macht 120 Schaden. Unsere Macht nur 85. Aber eigentlich wäre ein Bogen wichtiger, ne? Was für einen Fähigkeitswert haben wir einen Bogen? Vier. Wir haben noch Punkte über. Also zeig mal seine Bögen. Verstechter Kurzbogen. Benötigt Bogen 5. Unbenötigt Pfeil. Ah, stimmt, da unten steht sogar. Benötigt Doppelpunkt Pfeil. Nicht benötigt Doppelpunkt Langbogen Pfeil. Das kommt bestimmt auch noch irgendwann in der höheren Stufe. Okay. Das heißt, wir setzen einen Punkt schon mal auf Bögen. und kaufen den ab. So. Dann hätten wir gerne Dich. Schnelltaste 3. Du kannst verkauft werden. Du dahin, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin. Du gehörst auch zu den Questsachen und du bist auch eine Schriftrolle. So. Schon wieder einigermaßen sortiert. Einigermaßen jedenfalls. Also du. Verkaufen. Was hast du noch Schönes? Kaufen. Diverse Gegenstände. Benötigt 5 in Feuer. Nö. Rote Essenz sparen. Plus 1. Oh. 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 Oh ja. Ich will kein Magier werden. Aber wenn ich Magier werden wollen würde, wäre es genau das Richtige. Weil Essenz sparen. Plus 1 heißt dann wohlst du für den kleinen Feuer, weil gar keine Rote Essenz mehr brauchen. Was irre praktisch ist. So, Trankrezept des Unsichtbares Sehen. British 5 in Tränke. Infravision. Geschwindigkeit. Das Ziel bewegt sich für eine Weile schneller. Oh, damit können wir vielleicht auch weiter springen. Wir sollten definitiv Tränke auf 5 erhöhen. Charakter. Autsch. Ja, und da wir jetzt eh nicht auf 5 kommen, werde ich die 2 Punkte noch nicht reintun. Weil wir die 2 Punkte vielleicht für was anderes brauchen. Aber beim nächsten Level Up, da sollten wir vielleicht drauf achten. Ja gut, wir haben 450 Gold. Das ist schon mal sehr schick. Und wir haben 9 Bo. Und da unten waren diese nervigen Blutegel. Nimm das. Blaumagische Essenz. Dich anvisieren. Dich anvisieren. Und einfach warten. Zack. Wir könnten aber einfach runterspringen, oder? Waren da auch Blutegel? Na komm, gehen wir auf Nummer sicher. Tink, da ist nix. Kröten. Und das wäre nix da gewesen. Ich glaube, ich springe da mal runter. Ich will einfach mal testen, ob vielleicht das Holz bricht. Und wir so einen neuen Gang freilegen. Also, Geronimo. Ja. Das ist so Honig. Was wir mit dem Durchbrechen wäre echt schick. Und das wäre wieder eine Metroid Sache. Da gab es ja auch diese Glasrühren, die man mit den Superbomben springen musste. Das wäre echt schick, wenn man sowas hier auch könnte. Also allgemein die Landschaft zerstören. Hier waren wir anscheinend noch nicht. Das ist gut. Nervige Frösche. Oh, ein Oktopus. Äh. Und noch ein Oktopus. Und noch ein Oktopus. Die machen aber irgendwie gar nichts. Hm. Na gut, wenn sie vielleicht über einem angekommen sind, dann würden sie sich runterfallen lassen oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen. Hier steht wieder Warnung vor den Blutegeln, ha? Nicht baden, was dann Blutegeln verseucht. Aha. Baaan. Baaan. Ups, das war das Falsche. Ich sollte langsam mal ein bisschen aufhören damit. Das verbraucht ja doch ein paar rote Sensen. Ting. Ting. Und das war es, glaube ich, erstmal. Ups. So. Blutegel im Inventar. Stirb. Du kommst mit und die tackern einfach weg. Das sind alles Erfahrungspunkte. Ting. 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 Sehr schön. Äh. Keine neue im Inventar, hm? Können wir unten nochmal gucken, ob irgendwas ist. Nö. Immer noch keine im Inventar? Ne. Sehr schön. Ich sollte mir echt angewöhnen, zuerst runterzugucken, bevor ich einfach so springe. Hä? 25% der Burg sind beleuchtet. Hey. Okay. Sind wir auf gutem Wege. Zack. Tada. Oh. 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 Drei Drachen? Was ist denn das? Nur zwei. Oh, nö. Geh mal weg. Oh, oder warte mal. Nee, das ist irgendwie unfair, oben zu stehen und runterzudackern. 174, ich mag den Bogen. So, der andere. Oh, ich kann gehockt ausschießen, das sieht ja komisch aus. Komm mal näher ran. Genau. Ding. Sitzt da einfach an der Böschung und schießt mit dem Bogen runter. Im Sitzenbogen schießen soll aber ziemlich schwierig sein. Lassen wir das. Oh, der Schlange mal zwei. Blutegelinventar. So, wie viele sind es denn? Oh, drei Blutegelinventar. Da unten sind bestimmt noch mehr. Oh. Da unten sind ganz viele Tentakel schon mal. Oh, 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 oh. Ah, ergarstig. Wir machen so einen Gefangeneffekt. Kann ich da runterschießen? Nee, ist zu steil. Mist. Okay, warten wir einfach mal hier und gucken, ob die weggehen. Weil sehen dürften sie mich ja eigentlich nicht. Also, ja, sie müssten das Licht sehen, aber ich glaube, das wird nicht mit reinberechnet. Und wir könnten es hier wirklich testen. Also, wir könnten jetzt das Licht ausmachen. So. Jetzt sehen wir noch nicht, ob sie weggehen oder nicht. Okay, drei, zwei, eins. Wir sind immer noch da. Okay, ich rollen wir auf. Die machen irgendwie fast gar keinen Schaden. Sie halten uns nur fest. Oh, da ist noch einer. Oh. 201. Sehr schön. Und gleich noch Herzen dazu. So lobe ich mir das. Alles mit. Und der steht mir schon komisch da, der Eisdrache. 10. 10. 10. Der braucht doch ewig zum Zaubern. Oder gut. Ja. Wieder eine Tür hoch und nicht durchkommen. Also müssten wir hier von oben vielleicht irgendwo runterfallen? Ich gucke mal ganz kurz was. Hier vielleicht? Nö. Oh. Ja, vielleicht. Vielleicht kann man hier gegen die Wand hauen. Müssen wir dann gucken. Erstmal würde ich gerne da hoch. Oh. Da war wieder so ein... Genau du. Nö, nee. Hier fehlen noch ein, zwei Lichter. Das hat Priorität. Oh, oh, oh. Tata, tata, tata. Garstige, doofe Tentakel. So. Blutegel weg. Licht an. Das war nicht das letzte. Na, da oben ist eins. Okay. Also doch wieder nach oben. Hier rüber, hier rüber. Leiter hoch. In den nächsten Raum nach Osten. Dann nach unten und gleich wieder nach Westen. Nachdem wir die hier alle weggedackert haben. Pfeile 51. Nee. Sollte ich bei Zeiten... Au. Warum hast du dich umgedreht? Aber ja, Pfeile sollte ich bei Zeiten auch neu holen. Falls jetzt ein Bosskampf oder so kommt, brauchen wir bestimmt mehr. So, tun wir mal an. Ach so, und das Schlüsselloch ist für die Tür da hinten. Oh, interessant. Oh. Warum kann ich das auch machen? Ich wollte eigentlich nur gucken, welchen Schlüssel ich brauche. Das ist der Kanalisationsschlüssel. Oh, das ist ja spannend. Okay. Bosskampf? Fragezeichen? Wenn ja, müsste wieder so ein komisches leuchtendes Ding da irgendwo sein. Nö. Hammer. Blau. 87. 82. Okay. Schnelltasse zuordnen. 2. Du dahin. Du dahin.